Servus Leute, hier ist der Dirk vom Kanal Knives is Knife. Das wird eine Videoantwort für den Daniel vom Kanal Dirty Cross. Servus Daniel, grüß dich. Du wolltest wissen, was man an deinem Kanal ändern könnte oder was einem nicht so gefällt. Dazu kann ich nur sagen, mach ihn einfach zu. Spaß beiseite. War nur ein Witz. Hallo, war nur ein Witz. Ich finde deinen Kanal top. Das ist wirklich so, den mag ich sehr gerne. Ja, ich habe dir auch schon geschrieben, was du da für Folien benutzt oder was du für Unterlagen benutzt. Und ja, ich sage dir ganz ehrlich, wenn du so weitermachst, hast du in einem Jahr 3000 Abonnenten. Davon bin ich ganz stark überzeugt. Toller, wirklich toller Kanal. Du steckst da viel Arbeit rein. Besser geht's nicht. Du hast auch super Messer, die man halt jetzt nicht so auf YouTube sieht. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Ja, es sind halt, ich weiß nicht, ob es nicht mehrere Messeranbieter gibt, aber es sind halt immer so die gleichen, die gezeigt werden. Und ich zeig dir jetzt auch die gleichen, weil ich habe nämlich keine anderen. So, du wolltest wissen, unser Lieblingsmesser, das hier ist ein Victorinox. Das ist meine Lieblingsmarke Nummer eins. Das ist ein Tinker Small mit Holzgriffschalen. Die hat mir der liebe Holger gemacht. Der Holger Grün. Und soll ich dir was sagen? Ich weiß nicht, was es für eine Holzschale ist. Da müsste ich jetzt aufstehen und nachgucken. Das ist aber im Ostflügel meiner Bibliothek und das ist mir leider zu weit. Okay, so, dann zeige ich dir nochmal ein schönes Victorinox. Das ist das weiße. Das ist das Christmas. Die Sonderedition. Jetzt lege ich das mal schnell wieder weg, weil ich möchte dir noch was dazu erzählen. Also, bei mir ist es so, wenn ich irgendwo hinfahre, möchte ich immer zwei Drittel Victorinox dabei haben und ein Drittel ein anderes Messer. Ja, und dieses andere Messer ist im Moment dieses Delica. Ich stelle es mal hier vorne hin. Das ist im Moment die zweite Lieblingsmarke von mir und das ist Spyderco. Und ja, warum braun ist, zeige ich dir gleich. Ja, ich muss jetzt, ich glaube, der Klaus vom Kanal Klaus L. Müller wird sich jetzt ins Fäustchen lächeln, weil ich immer ein bisschen aufgezogen habe mit dieser Messermarke, weil die Klinge so kacke aussieht. Ja, die sieht aus wie ein Archaopteryx mit diesem riesen Auge und so. Ich habe immer gesagt, das wäre ein Dinosaurier. Aber ich habe mir dann doch irgendwann eins gekauft und ich muss wirklich sagen, erst mal, die Klinge ist top scharf. Also, die ist wirklich gigantisch scharf vom Delica. Die ist einfach top. Und die Handlage. Also, es gibt für mich außer Victorinox kein Messer, was besser in der Hand liegt als diese Marke. Das liegt der Hammer in der Hand. Du kannst auch drücken, wie du willst. Tut nicht weh oder schmerzt nicht in der Hand. Du hast keine Abdrücke in der Hand. Top Messer. So. So, und ich hatte ja gerade gesagt, ich möchte immer zwei Drittel Victorinox dabei haben und ein Drittel ein anderes Messer. dieses dritte Messer, was ich immer mitnehmen möchte, ist eigentlich immer eine größere oder längere Klinge. Das ist in dem Fall jetzt leider nicht so. Und diese Lieblingskombination von mir, ja, das ist jetzt nochmal dieses... Ich mach das mal wieder zu. Das kennt ja jeder, ne? Klinge. So. Das ist das Pharma in der Farbe Kupfer. Und diese drei Messer ist... Also, diese drei Messer sind im Moment... Hingingskombination, weil ich diese Farben einfach wunderschön finde. Und... Also es muss immer ein A-Locks dabei sein, wenn ich irgendwo hinfahre. Nicht jetzt nach draußen. Also nicht jetzt, wenn ich Alltag spazieren gehe oder so, sondern wenn ich in Urlaub fliege oder wenn ich meine Mutter besuche oder mein Vater besuche oder mein Kumpel besuche, dann nehme ich immer eine bestimmte Kombination mit und im Moment ist es die. Ich habe auch noch eine andere, die stelle ich euch auch noch mal vor, aber dafür muss ich erst noch mal einen Spyderco vorstellen und das möchte ich aber noch reviewen, deswegen kann ich es dir leider noch nicht zeigen. Aber wie gesagt, diese Dreierkombination ist im Moment meine Lieblingsfarbenkombination. So, dann möchte ich dir trotzdem noch hier, ich glaube, das hatte ich schon vorgestellt, jetzt habe ich mir zu Weihnachten noch mal eins gekauft mit Holzschalen und zwar ist es mit Oliv-Holzschalen, auch wieder von dem Holger, das ist ein ganz normales Spatermesser, ja, aber diese Maserung von dem Olivenholz, die ist so wunderschön, da konnte ich einfach nicht widerstehen, ja. Jo, also es sind jetzt, ich habe natürlich mehr Messer, aber es macht ja keinen Sinn, wenn ich dir jetzt hier 40 Victorinox auf den Tisch lege und ein Spyderco. Ich habe auch nur noch ein Spyderco. Ich finde, diese Messer sind auch meiner Meinung nach völlig überteuert. Für dieses Messer habe ich hier 95 Euro bezahlt, ohne Porto. Für das andere, was ich noch vorstellen werde, das habe ich in Amerika gekauft. Es hat nur 113 Euro gekostet, ja, und ist natürlich viel größer und eins meiner Lieblings Spyderco. Aber ich zeige es dir irgendwann mal. Ich hoffe trotzdem, dass diese Videoantwort dir reicht, weil im Moment sind diese beiden Messermarken meine absoluten Top-Favoriten. Meine dritte Lieblingsmarke wird noch kommen, aber da fehlt mir im Moment die Kohle. Das sind die Buck River Knives. Die sind einfach der Hammer. Also die finde ich wunderschön, diese Fixed Plates. Die gefallen mir sehr gut, Daniel. Aber im Moment fehlt mir die Kohle dafür. Und ja, das war's. Das war die Videoantwort für dich. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie gesagt, dein Kanal. Ich würde Kritik üben, wenn es welche geben würde. Aber weil ich ja selber auch noch nicht so ein YouTuber bin, so ein großer, und auch noch am Anfang stehe, bist du mir wirklich sehr, sehr weit voraus. Und da kann ich also keine Kritik üben. Du machst das einfach prima. Ich finde das einfach klasse. Ich gucke deine Videos sehr gerne. Ich finde dein Dialekt auch witzig. Und ja, gefällt mir dein Dialekt. Ist wirklich so. Ist mal was anderes. Okay. Dann wünsche ich dir jetzt, oder ich wünsche dir und allen Messerfreunden ein wunderschönes Wochenende. Mach weiter so. Bleib wie du bist. Und ja, in diesem Sinne, mach's gut. Ciao.